Das sieht gut aus. Ich setz über. Versuche in das Schlussbett zu kommen, um mich auf diese Garnison vorzubewegen. Jo, ich deck dich. Keinerlei noch Antakte hier. Habt ihr Feinde vor euch? Oder wisst ihr wo Feinde sind? Ist man erschossen? Ne, hier in dem Gräben, da ist viel los. Oh vor mir, vor mir, vor mir, gerade durchgelaufen. Garni ist dahinter. Ja. Fuck. Eventuell wurde ich gespottet, ich bin mir nicht sicher. Bin fast dran. Achtung, da an der Ecke sind noch Leute. Auf einer Seite. Bin an der Garni dran. Verteidigung ist gar nicht so ein abgebautes Feindes. Good work, good work. An der Ecke, an der Ecke. Ja. An deiner Ecke. Ja, er ist tot. Sehr gut. Sehr gut. Geh vor. Sauber, sauber. Schöner Überfall. Alter. Sind die kleinen Runden. Wo soll? Rein hier und Sack zumachen. Das Ding haben wir. Noch vereinzelt Kontakte in den Häusern. Oh ja, direkt vor mir. Föne im Hinterhof. Föne im Hinterhof. Geh noch ein bisschen weiter rum. Föne im Hinterhof. Oh Gott. Natürlich. Hat er mich... Der alte Trixer hat gegen den Baum geschossen. Schau. Wir probieren gerade noch ein Garn. Ja, pretends. und deren Spawns-Tummel Hör gerade Ausschau Hier oben seht nichts Feindlicher Puma markiert, aktuell Head vorwärts, hab hier die Garni, außenkosten Zwei Stück Sieben Sekunden bis zum Bombenangriff Sucht bitte den Schwerenpanzer raus Nach oben im Haus kämpft der Wir müssen jetzt rein hier in die Hardcam Achtung, Kreuze, Kreuze, Kreuze Sorry Sehr gute Arbeit Sehr gute Arbeit Ah ne, er guckt nach rechts Oh nein, er springt rum Feindlicher Puma steht immer noch in der Gasse Richtung Luchs Äh, Richtung Stuart rücken Er setzt vor Er setzt vor, Achtung Stuart, die kommen in deinen Nacken Direkt mir vor, schnell Ja man Was denn? Sehr gut, sehr gut Sehr gut, sehr gut Find Drop Supplies und Air Head in Find Position heißt, wir haben da nix, also hopp hopp Oh, ich spawn Air Head Oh, ich spawn Air Head Was war das denn? Was ist denn hier, du? Feuerwerk zur Begrüßung Guckst du? Guckst du? Hm, sieht cool aus Guckst du? oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020